Servus zu einem neuen Folge Minecraft Let's Play. Letzte Folge haben wir hier eine Schreinefarm. Also da drüben. Und ja, ich habe die da noch gleich vermiedet und jetzt möchte ich noch ein bisschen kämpfen, damit ich noch was bekomme. Oh, ein spannender Fight. So, danke. Danke. So. Es wird eh schon wieder Tag. So ein Turtzer-Fight hier. Aber halt wenigstens ein paar Sachen bekomme ich drin. Ein schweres Beute. Gut. Ja. Weiß ich was. Dann schaue ich noch. Die Spinne ist noch da. Oh, Alter. Von hinten hat ich mich geschlagen. Rutschwärts, Alter. Die Spinne ist auf jeden Fall begabt. Oh, so war das Minzum getroffen, Alter. Klangt. Ja. Komm aufs Freifeld. Ah. Da. So. 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 Da. So. 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 Das Skelet bleibt einfach mal ein bisschen stehen, wenn es verbrennt und dann geht es weiter. Würde ich auch machen, wenn die Skelete wäre. Naja. Wieder wieder leben. Erstmal was essen. Komm, regenerierier ein bisschen. Möchte wieder mehr Leben bekommen. Wow, da sind große Baum entstanden. Nehmen wir so ein kleines Haus hier. Naja. Dass wir heute auch noch weiter ausbauen werden. So, gut. Hier noch ein bisschen was. Zack. Zweimal Weizenbräu noch. Was auffüllen von dem häuslichen. Ähm. Wieder aufstocken sozusagen. Oder wie auch immer das genannt wird. Hier. Jetzt hat hier schon genug gehabt. Naja. Hätte ich nur eins gebraucht. Ich weiß. Oh. Ich weiß es nicht. Naja. Hier. Gut. Da passt alles. Da ist überall was. Da ist wieder ein Zuckerrohr. So. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Ich könnte mir wieder ein Boot machen. Weil. Nichts wichtig im Moment. Ja. Wichtiger ist hier. Das hier. Dann häng ich das Haus. Und an diesem. Arbeiten wir jetzt erstmal weiter. So. Ähm. Wie mach ich das? Das sieht irgendwie schlecht aus. So. Ups. Ich mach das mal anders. Ups. So. Das hier weg alles. Oh. Wie. Ist das gepasst? Hm. Das sieht natürlich auch nicht so gut aus. Vielleicht so. Und so. Und so. Und so. Und so. So. Und so. 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 Besser? Ja. Allerdings besser. So machen wir es. Da ist hier fast. Es fehlen zwei. Oh. Zwei Birkenholzbratter. Die habe ich sogar. Machen wir es jetzt einfach hier hoch. So. Äh. Ist jetzt auch egal. So. Hier. Und. Ja. Gut. Und dann. Hier noch so. Dann müssen wir jetzt noch eine Decke einziehen. Naja. Und. Das sonst. Das Dach. werde ich wahrscheinlich aus Holz bauen. Ich glaube das sieht wie du weißt du das. Ups. 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 Moment. Äh. Hier muss noch. Hier ist er. Dann. So. Und hier muss er noch das hier. Hier. Und dann. So. 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 Ja. Hier. Dann auf der ist er da. So. So. Oh nie. Mann. Ja, jetzt. Dann hier, hier, hier. Hier... Hier... Ah, der eine nach unten... Aua. Ich kann jetzt sterben So, die Eiffel hier... Nein... Nicht richtig Nein, auch nicht richtig Äh... Ja... Richtig... Gut etwas mehr für den mittelteil das hier sollte ich vielleicht mal ausbessern aber da geht sie zum Glück nicht mehr drunter das ist auch nicht richtig ja so und hier hä nein man macht nie das was ich möchte und so ja so naaa holz man oh die rauben nur noch den letzten naja hier schön rüber bauen so so langsam wird unser haus schon vollständig hier noch dann reicht es gerade nicht jetzt jetzt ist etwas knapp jetzt sollte ich vielleicht was essen machen wir mal ein leckeres Brötchen ja so ein Brötchen dazu noch eine leckere Milch ach lecker so dann dann ich will gleich noch ein paar Stufen mehr machen äh oh so so cool ja jump and run skills wow genau so würde ich spawnen man ähm nein das vielleicht richtig nein oh nein nein ich konnte nicht runterfallen ja nein 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 ja ja So, zack, 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 hier, hier, oh, ups, hier, 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 naja, das muss ich nur auf der anderen Seite machen. Ja, so, gut, dann, soll ich diese Liste noch einziehen, oder soll ich so machen, hm, okay, mach so, ouch, ich hab schon wieder so wenig, ah, und ich hab natürlich Hunger bekommen, na gut, dann hol ich mir mal wieder ein bisschen Milch, hier mein, hab ich ein bisschen was regeneriert. So, war die noch hier? Ja, nicht hier, Mann. Ist gleich was. Zack. So. So, gut, ein bisschen was. Naja. Birkenholz, genau, das würde ich noch holen. Naja, machen wir es in der nächsten Falle. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das am besten, falls ihr keine Videos wie dieses verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Servus.